Herzlich Willkommen zurück zu Mirror's Edge und wir machen direkt weiter mit einer neuen Strategie. Ja, mit einer ganz neuen Strategie. Ja, ja. So. So. Jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen für Zucht und Ordnung sorgen. So. Jetzt habe ich erstmal Ruhe, glaube ich. Ja. Scheint so. Jetzt kann ich hier erstmal in Ruhe einen Weg suchen. Das hoffe ich zumindest. Weil sonst zeichne ich ein Problem. Geh mal da durch, bitte. Ja, ja. Ihr braucht mich gar nicht mal suchen. So. Wir haben es auf jeden Fall erstmal geschafft. Aber wenn ich jetzt da unten runter... Nee, 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 nee. Hier bitte die Leiter nehmen. Nimm mir die Leiter. Fein. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen da lang. Okay. Los, 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 los. Nein, was mache ich denn? Verdammt. Verdammt, verdammt. No. No. Wo fange ich jetzt wieder an? Ach gut, da. Das ist schon mal etwas. Das ist schon mal ein großer weiter... Vorsprung. Verdammt, Dad hat weh. Mami, Dad hat weh. Verrättige Geschichte. Gib mir mal deine Waffe. Wo sind die anderen? Oh, hier ist er ja. Komm her. Ja, genau. Jetzt ist die Waffe noch leer. Na los, dann komm zu mir, bitte. Komm zu mir. Komm. Komm, komm. Komm. So. Hier erst mal. Für Schutz sorgen. So. Da ist er. Ey, sag mal. Kriegst du es da mal hin? Oh, ich habe ja was Schönes jetzt. Aber wo muss ich hin? Da muss ich hin. So. So. So viel dazu. Jetzt das Ding hier. Oder? Ja. Meine Waffe nehme ich jetzt so weit ich kann mit. Weil das ist mir einfach sicherer. Ähm, hier muss ich nicht weg. Oder? Boah, jetzt bin ich aber erschrocken. Huh. Entschuldigung. Oh, meine Fenster sind gerade zugeknallt. Von der Ebene aus müssen wir den Lüffelraum erreichen. So können wir da durchkommen. So. Ja, genau. Äh, jetzt gehen wir hier lang. Und jetzt muss ich leider meine Waffe fallen lassen. Kann das sein? Ja, ich muss sie fallen lassen. Leider Gottes, muss ich sie fallen lassen. Ähm. Ihr seid mir ja lustig. Du versuchst von dieser Ebene wegzukommen, bevor du das Lergo einst. Ja. Okay. Alles klar. Ich versuche mein Bestes. Hä? Ja. Dann spring halt hier rauf. Ja, fein. Okay. Machst du nie. Dann gehen wir halt hier lang. Können wir hier rauf? Ne, auch nicht. Äh, dahin. Gut. Alles klar. Mach mal das doch. Mann, hier gewittert es gerade bei mir. Das ist nicht schön. Ah, zu weit. Ich bin zu weit. Ah. So, jetzt, jetzt müsste ich es eigentlich kriegen, oder? Boah, wie hatten die das jetzt geschafft? Aber ist ja okay, wenn sie es schafft. Wenn sie es schafft, ist das alles kein Problem. Rein mit dir hier. Ja. Drake sagt, er hat einen Runner in deiner Gegend. Er hat ihm von jeder Menge Aktivität auf dem Schiff berichtet und er hat vielleicht einen Mann auf dem Oberdeck gesehen. Okay. Hast du das, ja? Ähm. Ja, du machst das jetzt schon wieder nicht so, wie ich das will. Doch, machst du. Oh, super. Super. Ja. Perfekt. Äh. Ja. Direkt geschnallt habe ich es immer noch nicht, aber okay. Ja. Okay. Du hältst dich schon mal hier fest. Ich glaube nicht, dass du da hochspringen kannst, oder? Doch. Oh, super. Yeah, yeah, yeah. Es läuft doch immer besser hier. Bei uns, oder? Ja, genau. Schön festhalten. Hey. Warte, was machst du? Wo müssen wir hin? Hm. Hä? Hä? So wirklich wissen tue ich jetzt nicht, wo ich hin muss. Aber okay. Irgendwie wusstest du uns das sagen, denke ich mal gleich, oder? Ah, ne, da lang muss ich. Hä? Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Da bin ich daher gekommen. Oder? Hm. Wo muss ich hin? Das ist echt kacke, sowas. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss, ist das doof. Da ist es rot, ja. Aber da komme ich doch nicht so ohne weiteres hin, oder? Äh. Ja, genau. Da bin ich hergekommen. Und nun? Das kann ich nicht drehen. Das dreht sich auch nicht. Wäre zu schön gewesen. Ja, dann noch ein bisschen. Nee. Das wird nix. Oh, meine Kleine hat schon wieder Angst. Meine kleine Luna. Die rennt jetzt schon wieder hinter... Hinter den Herd rennt sie schon wieder. Aber... Hallo. Ich will da wieder rein. Oh. Hallo? Ah, danke. Ja. Zeig mir hier hoch, aber ich weiß nicht, was ich da oben machen soll. Ehrlich gesagt. Aber ich kann's ja noch mal probieren. Aber hier gibt's ja keinen Weg für mich irgendwie. Ah, da muss ich hin. Und wie komme ich da hoch? Bitte danke. Oh, das ist schon mal richtig. Ähm, vielleicht kann ich das ja einschlagen. Gehst du jetzt mal da hoch. Sollst hier hoch springen. Mensch. Mensch. Oh, wer weiß. Oh, hier regnet's rein. Ha, ha. Hi. Hi. Wasser. Ja, danke. Äh. Ey, wenn ich wenigstens... Wenn ich jetzt wenigstens irgendwie einen Anhaltspunkt hätte oder so, aber gar nichts... Macht sie nicht. Das macht sie definitiv nicht. Hm. Hm. Das mache ich ja schon oft. Nee. Mist, verdammter. Ich will euch jetzt ja auch nicht langweilen oder so, aber... Im Moment funktioniert ja nichts, so wie ich das will. So wie ich es gerne hätte, sagen wir mal, so. Ja, ja, der zeigt mir dahin, aber wie komme ich dahin? Nee. So kann ich das vergessen. Oder schnell hochspringen und dann... Hm. Nee. Macht's nicht. Also, ich schätze mal, ich mache hier jetzt schon mal einen Schnitt und sobald ich weiter weiß, mache ich weiter. Ja. Also, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tj 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 Untertitelung des ZDF, 2020